Boah, scheiß Fledermäuse. Da kommen die jetzt nachts raus. Also Flaschen, Sauerstoffflaschen bin ich voll. Oh ja. Leuchten Dinger auch. Gibt es hier sonst nix? Och, ist das fix. Nee, mehr gibt es hier nicht. So, ich esse ganz schnell was. Jawohl. Ja, mein Fleisch ist auch verrottet. Haha. Aber ich habe noch getrocknete Fisch. Magst du getrocknetes Fleisch? Nein, alles gut. Ich habe noch dreimal Nudeln. Okay, los. Also wenn du Hunger kriegst, sagst du Bescheid. Und noch viermal Katzenfutter. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Ich kann dir noch was geben. Musst du mal gucken, die Charaktere blinzeln. Und die Augenbrauen bewegen sich. Deine Lippen bewegen sich auch. Krass. Die Augenbrauen gehen hoch und runter. Da guckt so richtig... So. Ist das geil. Voll krass. Geh mal. Jo. In die Schlacht. Und jetzt will ich aber ein Erfolgserlebnis. Ich weiß aber gar nicht mehr, was wir hier in dieser Höhle hatten. War das nicht die, in der wir waren? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, ich höre was Brummen. Oh ja. Schau, ich lasse mal mit, ich nehme. Nicht hochheilen. Okay. Ich bin voll. Ich habe die Machete draus jetzt. Ja. Weil mit der Fackel, keine Ahnung. Die ist sehr schön und gut. Aber... Mach jede macht dann doch mehr Damage, gell? Oh, da ist schon einer. Oh. Oh, habe ich dich jetzt angeschnitten? Nee, nee. Kein bisschen. Alles gut. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Jawohl. Sehr schön. Gleich Anlieger. Und wofür das jetzt nichts kommt. Da hinten ist alles voll. Echt? Boah, da schmeißen wir eine Bombe rein. Ja, oder so. Weil sonst wärst du ja nicht mehr glücklich. Warte, wo habe ich kein paar Bomben? Oh mein Gott, da kommt ein großer. Oh mein Gott. Ja, ich... Boah, der hat zerschmettert. Sie sind halt noch ein kleiner Sticker. Ach du, ach du, ach du. Jetzt habe ich meine Angst. Oh mein Gott. Huchst du, ey? Der ist tot. Wo habe ich meine Machete auf Null? Bist du safe? Nö. Oh, da kommt noch eine Dicke. Warte, ich würde gerne Moni schicken. Nee, warte, auf was habe ich Moni? Oh mein Gott, das weiß ich nicht. Jetzt habe ich Medizin genommen, bin ich blöd. Hier, ich habe sie. Warte, ich schmeiß. Warte, ich schmeiß. Ja. Au, hier ist noch einer. Warte, ich schmeiß. Der hat mich angeknubbert. Ich habe vergessen anzuzünden. Oh, ich bin so bedäppert. Warte, wo ist der, Dicke? Da. Da da. Hier ist noch einer. Ich bin vielleicht tot. Nein, 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 nein. Komm, renn los. Lass uns zurückziehen. Oh, ich bin gerade zurück. Warte, ich schmeiße, nehme ich gerne. Nein, gut, aber ich hänge. Warte, Moni. Ich muss mich erst mal heilen. Alles gut, ich schmeiß nur noch. Der Große brennt und noch einer. Ich nehme jetzt meine Machete. Der ist aber immer noch nicht tot. Oh, da ist ja noch so ein Dicke. Ja, da sind viele Dicke. Alter, nein, ich liege. Wo ist meine Machete? Hier. Ich bin down. Ja, ich versuche, dich gleich zu holen. Warte, ich schmeiße ihn mir nicht auf Cocktail. Alles gut. Ich muss erst gucken, wo die sind. Ist das der Große? Oh, der ist hier. Moment, der brennt. Wie viel habe ich denn? Der hat sich wieder gelöscht. Warte mal, ich hole mal eine Bombe. Die schmeiße ich dann einfach nur, gell? Äh, ja. Jetzt ist der Abkauung, Mensch, wo ich gerade geschmissen habe. Ey, das gibt es doch nicht. Warum soll es dir besser gehen wie mir? Bleib jetzt da. Habe ich jetzt welche erwischt? Ja, zumindest ein bisschen was. Wo ist denn der Große hin? Da liegt ein Großer. Warte. Ich weiß nicht, wo die sind. Oh, warte, Sissi. Ich nehme Pfeil und Bogen. Meinst du, das klappt mit denen? Wo habe ich denn meinen Bogen? Hier. Ich sehe sie nicht. Ich werde nur knurren und rennen. Da oben. Das ist der Ticke. Ah, ich bin gleich Matsch. Bitte nicht, warte, ich renne jetzt zu dir durch. So, ich habe dich gehühlt. Ja, das war in letzter Sekunde, ey. Echt jetzt? Ja. Warte, ich esse schnell was. Ja? Ja, ja. Weil ich möchte nicht hier meine ganzen Medis aufbrauchen. Monoturf-Cocktails habe ich auch keine mehr. Ich baue mir schnell welche, ja? Ja. Hast du gerade was geschmissen, gell? Ja. Ich baue im Moni, Moni, Moni. Das war aus, mehr geht nicht. So, das war auf sechs. Ist der Dicke tot? Ja, da müssen sie tot sein. Dahinter rennt noch einer. Kann ich die Monoturf-Cocktails wieder zurückbringen? Hm, das weiß ich nicht. Warte, da ist einer. Manche Zeit um 8 Uhr. Da ist eine Machete. Warte, ich bin nicht da. Ja, ich baue gerade noch schon. Alles gut, da brennt einer. Ich habe jetzt eigentlich, da ist nur noch einer. Der hängt da hinten fest. So, jetzt. Down. Alles gut. Kommst du erstmal zu mir? Ja. Auf drei wieder, ja? Ja. Eins. Bist du bereit? Ja, jetzt. Eins, zwei, drei. So, zur nächsten Leiche. Nö. Ja, den komme ich jetzt nicht. Doch, jetzt. Nee, warte. Nee, jetzt aber. Du auch? Ja. Eins, zwei, drei. Hinter dir. Ich bin gerade am Schneiden. Ja, ich auch. Das ist so ein Doppelgopf. Ja, ich renne weg. Bist du auch weggekommen? Nein, das ist normaler. Bist du weggekommen? Nö, ich halte gerade. Ach so, warte, ich bin gerade weggerannt. Okay. Ja. Okay, gleich heute. Ich schille gleich an, bevor ich hier weiterhäute. Ja. So, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heikel. Und kommst du hinten an den Rand, da an der Ecke? Ja, der hier dazwischen steht, ja. Du? Ich komme aus. Ich auch. Okay, eins, zwei, drei. Und da sind viele Knöpfer. Ja, sicher auch gerade. Aber die lasse ich jetzt erst mal sein, warte, ich muss mal einen Schluck trinken. Trinkst du mal? So, meine Machete. Jetzt haben wir alle gehäutet, oder? Da kommt wieder einer. Ruft der die anderen, oder was? Kommst du ran? Ja. Gleich anliegen. Oh ja. Wer weiß, was da noch kommt, du. Das sind aber viele diesmal. Komm. Aber den einen, den so zerfleddert hat, da bei dem war man nicht, der war nicht mehr da, komischerweise. Richtig. Äh, lass uns erst rechts hoch. Oh, also viel Knochen. Ne, hier kann ich nichts anfangen. Wo kommen die Knochen jetzt auf einmal? Äh, geht's hier weiter? Hier, dann geh mal erst links. Sicher. Ich weiß nicht, weil da rechts geht's weiter. Und hier? Waren wir in dieser Höhle überhaupt? Sieh, sieh, da geht's auch weiter. Da ist auch ein Mutant. Du darfst aussuchen. Oh, da rennt einer wieder rum. Dann lass uns auch's mal rechts weg. Warte, ich kämpfe grad. Da ist nochmal einer. Ich kämpfe gegen zwei. Nochmal einer. Drei. Komm mal, komm mal, komm mal. Meine Kondition. Oh, ich hab zwei hier. Meine Kondition ist grad ein bisschen am Arsch. Aber ich bin noch safe. Oh, nochmal einer. Oh, sag mal. Oh, jetzt hab ich nicht bestimmt auch nicht. Nein, nein, alles gut. Lass uns gleich häuten. Bist du soweit? Äh, ja. Ja, halt mal. Ich leg die Rüstung schnell an. Ja. Ich bin voll mit Rüstung. Okay. Du auch? Oh ja. Krass. Zeig mal, wie siehst du aus. Wie geht's? Sie bist ein... Ekelig. Vielleicht klumpfen mal. Oh, leg. Voll zum Teifel. So, komm, ich bin nicht ins Bett. Ich muss erst ablegen. Oh, ich dachte grad ein Mutant. Wollt ihr hier weitergehen, oder wollen wir erst rechts weg? Du entscheidest. Ich entscheide mich meistens für den falschen Weg. Na, dann lassen sie erst rechts weg, weil hier kommt Besser. Okay. Ich weiß nicht. Da kann dann das Taucherteil sein, oder? Dass man vielleicht doch erst hier links... Äh, ja, hier rechts müssen. Das kann möglich sein. Ich weiß nicht. Kommst du? Ja. Mein Fleischklops. Selber. Herrlich. Oh Gott. Oh, wie geil, ey. Oh, wie geil. Oh, Junge. Zumindest kriege ich immer Mutantzenrüstung. Die sind ja nicht so schwer. Ja, ey, ey, ey. Genau. Ja. Nicht wahr? Ja. Da ist der nächste. Na, die war aber schnell down. Ne, die lebt noch. Jetzt ist der down. Oh, da ist so ein dicker. Geh weg, geh weg, geh weg. Ähm. Warte, ich versuche ihn anzuziehen. Ich muss aber erst Feuerzeug nutzen. Warte, 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 warte. Ich habe Bomber. Ah! Ich auch, Moni. Warte, bleib stehen. Warte. Er brennt. Wie jetzt können wir eigentlich... Nein, warte. Warte, bleib hier. Okay. Oh, weg ist er. Boah, krass. Erstmal warte, bis Feuer weg ist. Ja. Sonst ist es Remotant now. Aber ich habe gleich ein Rüstungsteil verloren, gell? Okay. Kringt ihr auch? Ja, doch, hier. Ich komme ran, du auch? Äh, mh, ja. Ich höre, irgendwas komme. Ja, es ist da. Ich renne. Ich muss erst mal weg. Bist du weg? Ja, hier ist auch noch so ein Fettklopps. Warte, ich hole Moni, Moni. Warte. Ja. Wo ist der? Bei mir. Ja. Der brennt. Spare deine Bomben, bitte. Der müsste jetzt eigentlich mit der Machete auch tot zu kriegen sein. Ja, boi. Weil zwei Bomben und das ist ein bisschen viel. Kommst du ran? Ja. Hast du genug? Ich habe nämlich noch Reserve hier. Dass du voll bist. Bist du voll, ja? Ja, ja. Okay. Weiter geht's. Nee, an die Höhle erinnere ich mich echt nicht. Ich glaube, wir sind tatsächlich hier nicht durch, oder? Ja, super. Hier teilt sie es wieder. Geiß so. So, noch wieder rechts rum. Wir sind wirklich hier ran, da. Hä? Ach du Scheiße, ja. Na los. Auf ein neues. Ich und Orientierung. Ganz schlimm. Aber dir ist auch nicht aufgefallen. Jetzt tu dich so. Nö. Herrlich. Das wollen wir jetzt vorne waren. Ege. Aber nicht mehr da, aber ich kapiert gleich. Eieiei. Nix zum Looten. Das Nerv. Ja. Da vorne. Aber die betet. Die betet. Die sind nicht so schwer. So. Der ist auch tot. Nee. Oh, sieh, sieh, da ist was dickes. Zurück, 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 zurück. Ich hol' Muni, Muni. Warte, anzünden. Oh, ich hab's daneben. Aber andere brennen dafür. Scheiße. Warte, ich zünde an. Ja. Da kommt ein Springer. Was ist denn da jetzt in der Dicke? Den Springer will ich eigentlich nicht mit dem Monoturfcocktail. Da ist der. Ich hab wieder daneben, oder? Was ist denn? Brenne erst mal. Der sagt gerade in sich zusammen, oder? Nee. Zündet der sich nochmal an? Nee. Boah, ja klar, danke schön. Ihh. Du merkst, vom Dicken? Jo. Interessant wär's zu wissen, ob sie das jetzt gefixt haben, oder? Ob wir versuchen, beim nächsten, da versuchst du zu häuten, und dann versuche ich... Da ist nochmal einer. Ja, nachträglich. Oh, scheiße, du hast alles voll. Komm raus, komm raus, komm weg. Ja, 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 ich renne, ich renne. Da müssen wir eine Bombe reinhauen. Kommst du? Komm zu mir. Ja, ja, ja. Ich guck, ob ich noch Monoturf-Cocktail hab, ja. Einer ist gesprungen. Oh, Sissi, ich brauch Hilfe. Oh. Mein Gott, komm weg. Ich schmeiß, ich schmeiß. Sind da viele? Da. Okay, ich hab zwei angezündet. Na, oh. Warte, ich muss nochmal. Ich hab keine Monoturf-Cocktails mehr. Oh my fucking goodness. Ist der down? Ja. Nee. So, mal noch hier, ist down Boah, der schlägt nicht gerade brutalst Ich habe viel Rüstung verloren gerade Okay Kommst du an den ran? Äh, nein Dann nimm du den Jetzt? Nein, jetzt Scheiße, jetzt habe ich genommen Alles gut, ich habe auch noch gedrückt Okay Versuchst du mal beim nächsten alleine? Mach du Nimm du und ich versuch's dann nachträglich Okay So, ich habe es genommen Nein Echt nicht, lass mich ausrüsten, bitte Ich habe viel verloren jetzt Der hat mich böse erwischt gehabt Okay, da müssen wir aufpassen Hier ist einer? Ja, rechts Ich habe kein Monoturf-Cocktail mehr Warte halt, Abstand Ja Alter, wo ging denn der hin? Ich habe den doch voll... Kann ich Monoturf-Cocktails herstellen? Passt da auch? Warte, 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 warte Ja Was machst denn du jetzt? Du kannst doch auch werfen Äh, ich kann das nicht Ja, du siehst doch auch, dass ich daneben schieße Danke Ich bin da auch nicht gut Ich bin da auch nicht gut Warte mal, wo ist da? Ich seh nicht Du bist aber im Gegensatz zu mir Ich hab hier voll vorbeigeworfen Ich seh nicht an hier Ja, ich auch Komisch Okay Nee, da will ich Ich bin da aber nicht angewandt Ah, scheiße Ich sag doch, ich bin noch schlimmer als du Jetzt aber, oder? Seine Füße ziehlich Ja, jetzt Oh, voll versemmelt Der steht nur, da Hau Wieso greift der nicht an? Jetzt Oh, ach du Da und Den heute machen wir gleich Julius Betäubungsgewehrgranaten und sowas Geil Teilt sich das, oder? Glaube nicht Rechtsrum, warte mal Rechtsrum Warte, einen kleinen Moment Ja doch, hier geht's auch wieder extra Und hier leuchtet was, Sissi Ja, dann nehmen wir da, wo's leuchtet Vielleicht ist nur ein Radio Warte, jetzt gehen wir hier entlang Ich blick's halt gerade Was war jetzt? Ich hab dich angehackt Nö, alles gut Nein, ich hab's gehört Ja, aber ich hab nur komplette Rüstung Babys Oh Ich renne in den Babyschar rein Hab ich dich jetzt getroffen? Alles gut Boah, die sind ja scheiß Dreck Da ist noch Alter, spring mich doch nicht an Hast du, da ist noch? Hast du, da ist noch? Ist das jetzt down? Ne, es lebt noch Ich war natürlich in Babys rein Lebt das noch nicht? Finden wir jemals auch wieder raus? Oder in die Gänge, wo wir noch nicht waren? Äh, I don't know Eigentlich schon Wir sind immer rechts Laufen Und beim Zurücklaufen müssen wir ja auch wieder rechts laufen Da ist was Rotes, Alter Ja Oh, da hängt auch einer Was ist denn das dahinter, Sissi? Warte, hier, Snicker Was ist das? Ich habe Betäubungsgewehr Ja Ja, ja, ja Und hier sind Flaschen Das ist gut Aber die kann ich nicht mehr einsammeln Nur eine, das ist ja fies Warte, kann ich schnell Monotoff-Cocktails herstellen? Wenn du das gemacht hast, guckst du mal da durch Die springst du mal an das rote Fenster Und guckst da mal durch Ja, dann kriege ich einen Herzinfarkt, gell? Ja Oh, an die Flaschen komme ich nicht ran Und da geht es noch tiefer rein Ich sehe da nichts Dann müsste mal warten Was ist das? Das ist doch dieser Baby-Schlamm-Massenteil Wo du in die Luft gesprengt hattest Ah, okay Bestimmt Da ist jetzt nichts mehr, gell? Nee, dann kommen wir jetzt zurück Und dann die nächste rechts Ja Ich hoffe nicht, dass wir dem fette Vieh begegnen Der hat seine Babys nämlich bestimmt Uns auf den Hals gejagt Da sind schon wieder Babys Oh Sag mal Bist du safe? Es lebt noch Oh, was? Wo ist es da? Da hier auch Die kriechen da aus dem Loch Wie? Oder? Das sah gerade so aus Warte, eine Rüstung Nee, zwei müsste ich anlegen Warte mal kurz Ja Hast du ein bisschen Rüstung verloren? Ein kleines bisschen, aber ist alles okay Okay Was war das? Ich habe nur für Baby eingehakt Okay Oh, du bist ja kümmern Die armen Babys Warum? Das wollte dich anknubbern Oh, nee, dann ist es nicht Das arme Sag ich doch Da knurrt doch wieder was Ja! Ich sag dir doch Da knurrt was Ach, Mann Ich habe vergessen, anzuzünden Ach, Mann Mit dem ich mal Wie einfach die Flasche fliegt Ja, und jetzt daneben Super Und jetzt habe ich keins mehr Aber der war schon verletzt Irgendwie Ich habe den eben Einige Habe ich dich getroffen? Nein, alles gut So, kommst du ran? Äh, nein Jetzt So, nur jetzt recht Ja Warte, meine Condi Auffüllen Ja Ich esse mal schnell was Ja, ich auch Äh, was esse ich denn? Ich esse mal Nudeln Das habe ich noch nie probiert Oh, trinken Ja, aber trinken muss ich Jetzt Ich trinke gleich nochmal Dann ist Flasche Steht dann leer Kann sein Aber ich habe ja noch zu trinken Also ich kann nicht Kann ich Monoturf Cocktails herstellen? Also Monoturf Cocktails bin ich out Und was brauchst du? Äh, Flaschen habe ich keine Aber ich habe noch Zeitbombe Und Granaten Alles gut Kommst du? Was machst du jetzt? Äh, schnelle Mollis bauen Ja, dann benutzt du sie Du triffst auch Du triffst besser als ich Du siehst ja Ich vergesse immer anzuzähnen Scheiße Habe ich die irgendwo hier draufgelegt Mir? Ne Nein Die lege ich mir mal auf der 5 Achso, in den Dusch schmeißt du ja Äh Ne, da ist nichts Okay Ne, da ist nichts Ja, so lang Ich bin jetzt rechts rum Ich laufe Ich laufe mittel Nicht, dass da was am Rand ist Da ist nichts Da geht es bei mir hier weiter Und bei dir, ist dann weiter Nein, da ist nichts Okay Da ist dicht Okay Sind da welche? Ne, hier gibt es das Dauergerät Cool Müssen wir hier rüber Da ist ein Fuß Ja, auch Ist hier noch was? Hier unten Hier ist Energie bei mir Warte, ich guck hier gerade Knochen, Knochen Hier habe ich irgendwas Stoff Wodka Flasche Cool, da kann ich auch noch ein paar Moni Was habe ich hier Ich habe das Tauchergerät, Sisi Also ist das bei dir zu Ja, geil Oh, ich will es aber jetzt nicht anziehen Steck das zurück Danke Hast du noch was bei dir gehabt? Du hast ja auch noch was gehabt Hast du gesagt, ja? Äh, ich glaube Energy oder was das war Ja, ich guck Oh, der Computer Geil Haben wir das erste Hier eine Drahtspule Hast du eine Drahtspule eingesammelt? Ja, ich glaube Die war auch dabei Trotzdem kann man auch genug Sauerstoff Flaschen Dann hast du dieses Taucherteil Dann hast du keinen Sauerstoff Sollen wir hier mal speichern Sicherheitshalber Nein, wir springen jetzt hier bei mir runter Ich muss doch erst mal das Tauchergerät anlegen, oder? Das macht er automatisch, wenn du ins Wasser springst Sicher? Das ist Forest 2 Da klangst du auch nicht mit dem Schlitten Ne, das stimmt auch mit dem Tauchergerät jetzt Denn hier ist eigentlich im Normalfall ein Hai drin Oh, das darf ich speichern? Deshalb habe ich doch gesagt Wir springen bei mir, wo ich hier stehe, rein Drehen uns einmal rum und schwimmen unter uns weg Brauche ich da Taschenlampe? Nein Okay, ich bin bereit Ja genau, Taucherteil geht gleich Oh, wir haben hier Taschenlampe Ich schwimm dir hinterher Oh, das sieht geil aus Schwimm mal hinter mir her, damit du das siehst Nur ganz kurz Alter, wie geil Ja, jetzt kannst du wieder vor Ja toll, jetzt weiß ich nicht mal, wo wir sind, oder? Doch, ja Ich bin dir einfach vor dich geschwommen Ich habe keine Bewegungen gemacht Nach rechts oder links Gut Oh, das sieht so geil aus Wow Oh, das sieht fast echt aus, das sieht mega aus Gefällt mir total Aber sowas von Und dann noch dieses Glitzerbubbel, diese Sauerstoffbläschen Ja Jetzt sind wir draußen und jetzt schwimmen wir nur nach oben Ja, ich stecke aber fest Ich schwimme mich nach oben mit W oder was? Ja, W nach oben gucken Na guck mal, haben wir schon immer die Taucherausrüstung Ja Das ist gleich ein Gaffert Wow, und so schlimm war das gerade heute? Obwohl es mehr Mutanten waren, gell? Ja, stimmt Komisch Outro Outro Outro